hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft hive mit dem hier crafter ecke max ecke mit lieben fuchsfan hallo fuchsfan hallo bist du heute baden ja cool hilfe ich hänge fest leute heute leute werden wir ein bisschen weiß ich nicht fuchsfan auf was hast du los devrun hide and seek just put das mir weg skywars skywars kids treasure wars mörderisterie oder survival claims sag fuchsfan entscheidet heute leute erstmal hallo und ich hoffe euch geht es gut mir geht es auf jeden fall gut leute und ich hoffe fuchsfan geht es auch gut das freut mich so fuchsfan hast du dich entschieden für nein just bit gibts nicht das ist heute ausverkauft okay 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 murder history ist heute fuchsfans wunsch dass wir spielen mit murder stories stories ja 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 nicht history sondern stories gibt es hier irgendwie neue grabsteine ne schade es gibt keine neuen grabsteine leute okay okay fuchsfan ist mörder tötet sie fuchsfan erzähl mal wie war dein tag du hast den fuchsfan hat ihr schulplan bekommen hat sie mir erzählt war fuchsfan bist du bist du froh drüber oder bist du nicht so froh nicht ich sehe sie sie sind an mir vorbeigesprungen fuchsfan ich sehe sie an einem freizag acht stunden an einem freitag leute an einen freitag da wo eigentlich jeder frei hat bei freitag oder schon tag jedenfalls so und fuchsfan muss bis 16 uhr in die schule 16 uhr 16 uhr fuchsfan freut sich schon richtig auf die schule ja auf die schule aber nicht auf die acht stunden ja dann lieber fünf stunden ihr müsst euch vorstellen fuchsfan war mittwoch oder mittwoch hast du fünf stunden ja gut mittwoch hat sie fünf stunden bis halb eins ja und und freitag freitag wo man denken könnte oh ja freitag wenigstens fünf stunden oder so da hat man einen spannenden tag nein einfach acht stunden bis 16 uhr das ist das wer hat sich das einfallen lassen alter junge also ab und zu könnt ihr draußen so weil es bei mir übelts regnet alter leute und glaube wenn meine stimme sich ein bisschen komisch anhört ich bin ein bisschen mein hals kratzt ein bisschen ich hoffe ich werde nicht krank alter das würde mir jetzt noch fehlen alter jetzt wo die neue season bald anfängt ich darf nicht krank werden ich bin das letzte mal krank obwohl es kommen auch krank videos zwar update videos aber es kommen videos ich sehe dich fuchsfan tschüss fuchsfan tschüss ich bin tot ne doch nicht das war nur ein coin fuchsfan ja warum bist du so richtig hallo fuchsfan ich seh dich hi hi fuchsfan hi mann das war meiner fuchsfan hi fuchsfan ich hab hier ein coin da ist ein coin hier find ich das weder bei 수faf für mich töten Naaa 15 pf 16 Münzen Früher hat man nur 10 münzen gebraucht für so nen kack anzug alter ja jetzt haben sie das auf 15 dieseě gemacht jaals der runde vorher zu Ende alter bevor du überhaupt so nen anzug hast das unter Ein Coin, ein Coin... Fuchsfan... Was hältst du eigentlich von Coins? Bist du... Was? Werder. Bin ich nicht. Bin ich nicht? Alter! Die sterben jetzt wie die Fliegen! Fuchsfan, sag was dazu! Jörg, bist du? Nein! Aber ich habe 15 Coins, ich hole mir jetzt einen Anzug! Ja! Fuchsfan, ich habe einen Anzug! Nein, hier ist der Börder! Nein, ich bin tot! Hier liegt ein Keks! Wie Keks? Wo Keks? Alter, habe ich den Anzug jetzt? Ja, ich habe den Anzug, Leute! Ich bin jetzt der Anzug! Fuchsfan, bist du tot? Fuchsfan, hier! Ich habe einen Anzug! Uh! Yeah! Okay, Leute, wir machen eine neue Runde! Fuchsfan, hör auf zu atmen! Also... Nicht ins Mikrofon! Man hat sich atmen gehört! Fuchsfan! Nicht, dass du aufhören sollst zu atmen! Das bitte nicht! Atmen Sie bitte weiter! Gingerbread, Pirates... Frag... Frag... Flats... Döner... Fuchsfan! Ja... Fuchsfan möchte nochmal so was... eine Schnitzeljagd haben! Hier ist ein Teddybär! Fuchsfan! Ein Teddy! Unten in der Küche, Fuchsfan! Komm mal zur Küche! Fuchsfan, wo bist du? Na unten! Guck mal, hier ist ein Teddy! Aber die Coins sind neu gemacht, ne? Ja... Ich kenne die Coins noch von früher! Da waren die anders! Als wäre es schon so utopische Zeiten her, Alter! Ist glaube ich ein halbes Jahr her oder so! Oder länger! Ich weiß gar nicht, wie lange ich keinen Mörder mehr gespielt habe! Ich glaube schon eine Weile nicht mehr! Fuchsfan? Ja? Bist du Mörder? Na? Na? Du bist mir zu ruhig! Ich bin immer ruhig! Nein, das stimmt nicht, Fuchsfan! Manchmal schreist du... Ah! Weißt du... Okay... Na da, da haben wir es doch! Hier ist ein Sonic! Ey! Ja, ich war es nicht! Ich war es auch nicht! Mann! Das sind doch alles Kack, Leute! Ihr spielt Scheiße! Nein, Spaß! Leute! Es wird heute kein richtiges Thema geben, weil wir nicht wissen, über was wir reden sollen! Wir wollten einfach ein schönes Video für euch machen! Und das Fuchsfan heute in Mörder-Ristorien noch durch meine Hand stirbt! Ich meine durch ihre eigene Schuld! Ich glaube, ich werde aber nicht Mörder, weil ich tatsächlich nur 5% habe! Wie viel Prozent hast du? Äh... 3,9! Alter! So viel? Aber... Äh... Ding! Sheriff, 9%! Ich habe 12! Wow! Wenn ich jetzt... Okay, wenn ich jetzt nichts werde, dann bleibe ich AFK stehen! Okay! Werde dich töten! Na, Scherz! Mich guckt eine Kuh an! Eine Rotpilzkuh, hast du gesehen? Ja! Eine Rotpilz! Der... Der hat... Was? Der hat das Cape! Der hat das Cape! Der hat echt das Cape! Leute, ihr müsst euch mal vorstellen! Ich habe, by the way, no joke! No joke! Ähm... Alle Versionen gehabt, bevor die jetzt zum Sommer-Update rauskamen! Das Problem war, man muss die alle auf derselben E-Mail haben! Ich habe die Minecraft Bedrock Edition, also hier Bedrock, äh... Wie man sie auch nennen will, Windows 10 Edition, was weiß ich, wie man die nennen möchte! Ähm, nur auf einer anderen E-Mail! Und die Minecraft Java Edition auch nochmal auf einer anderen E-Mail! Weil ich damals, wo ich Bedrock geholt hatte, noch eine andere E-Mail hatte! Und da wusste ich sie aber nicht mehr, da hatte ich sie nicht mehr gehabt! Das Passwort nicht mehr, da habe ich es nur für PC gehabt! So... Deswegen musste ich über meine Original-E-Mail dann halt... Ja... Wie soll ich das sagen? Java holen! Und jetzt kann ich dieses Cape nicht haben! Wie unfair ist das denn bitte? Das ist richtig Fuchs-Fan, Alter! Fuchs-Fan, du bist es! Ja, Fuchs-Fan, ich habe gesehen, wie du dir mit einem Schwert getilterst, Fuchs-Fan! Hab ich nicht! Ich schwöre! Ich schwöre! Fuchs-Fan ist hier! Ich... Ich habe Fuchs-Fan gesehen, Alter, die hat mit... Die hat sich richtig rumgemördert, hat sie... Hä? Wenn ich das könnte, dann wäre ich jetzt... Keine Ahnung! Was wärst du dann? Mörder? Wie du schon bist? Komm Mörder! Aha! Aha! Du bist Mörder, also gibst du es zu, oder wie? Na! Sag ja nur! Schau! Fuchs-Fan, wo bist du? Da! Hä, bleib stehen! Guck mir tief in die... Na! Du bist es halt echt nicht! Ich dachte, ich dachte, du bist es echt! Okay, Fuchs-Fan ist dort! Oh, da hat ein Fuchs! Mann, der hat echt einen Cape, ne? Da, hier, da ist der Dude! Hi! Der Dude! Bleib doch stehen, du Hund! Zeig mir deinen Cape! Den Cape betrachten! Ey, das ist so ein Hund, der bleibt nicht stehen! Da ist auf jeden Fall das neue Cape da, da ist so Badrock unten als Cape und oben als Erdblock, so also Grasblock. Das ist richtig, richtig cool, aber leider kriegt man den nur, wenn man beide Versionen vorgekauft hat und das auf derselben E-Mail! Ach man, Leute! Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen! Lasst gerne ein Like da! Abonniert, wenn ihr es nicht getan habt! Aktiviert die Glocke, wenn ihr keines Video verpasst! Schaut und die Videos schreiben! Da ist alles verlinkt! In dem Sinne, wünsche euch allen noch einen schönen Tag! In dem Sinne, haut rein! Bis dann und ciao! Later! Later!